Johann Holzweber ist auf dem Weg ins Zentrallager der Salzburger AG. Seine Mission Modem und Patchkabel. Warum? Johann ist Spleißer bei der Salzburger AG, ein Mann mit Fingerspitzengefühl, denn er verbindet haarfeine Glasfasern und die sorgen für extra schnelles Internet. Mit FTTH, sprich Fiber to the Home, bringt Johann das Glasfaserkabel bis zum Kunden direkt nach Hause. Mir macht Spaß, die Abwechslung, die ich habe. Wir sind im ganzen Land Salzburg unterwegs, sehr abwechslungsreich und sehr interessant, die Arbeit ist. Ja und unterwegs ist Johann auch heute. Mit seinem Kollegen Andi geht es nach Obertrum, hier wartet Familie Unterberger auf ihren Glasfaseranschluss. Im Verteilerschrank befinden sich zwei Kabel, eines das zum Kunden geht und eines das vom Netz kommt. Das Kundenkabel besteht aus zwei Röhrchen und das Netzkabel aus acht Röhrchen, in denen die Glasfasern sind. Bevor die bunten Röhrchen aber sichtbar werden, muss Johann die Kabel erst mit einem Reißfaden abmanteln. Immer mit dabei im Spleißbus ein Klapptisch und natürlich der Spleißkoffer. Dann legen wir es in Kassetten ab, wo die Faserlänge drin ist, was wir zum Schleißen brauchen. Die Fasern ist eine Schutzschicht um, die wir dann abziehen müssen. Und dann werden sie geputzt. Und nach dem Putzen werden sie mit einem Diamantschneider gerade gebrochen. Und wenn wir die Schutzschicht abgezogen haben, da kommt dann ein Röhrchen drüber mit einem Schrumpfschlag, einem Störstift drin, dass der Spleiß dort nicht brechen kann und es wird eng geschrumpft. Die Fasern haben unterschiedliche Farben, damit Johann weiß, welche Fasern zusammengespleißt werden müssen. Dann haben wir eine Kassette, die die Faserlänge wird dort wieder angelegt und wird nicht versorgt. Anschließend spleißen Johann und sein Kollege die Übergabebox im Keller der Kunden. Die Fasern werden wieder gereinigt, mit einem Diamantschneider gebrochen und verspleißt. Und dahinten werden die Fasern noch durchgemessen, ob die Strecke vom Kunden bis zum FDH-Knoten passt. Wenn das Modem grünes Licht gibt, haben die Spleißer einen guten Job gemacht. Die Kunden können dann gleich ihre Geräte ausprobieren, Fernsehen und natürlich extra schnell im Internet surfen. Die Fasern werden wieder gereinigt, mit einer Kassette ausprobieren, mit einer Kassette ausprobieren, mit einer Kassette ausprobieren. Die Fasern werden wieder gereinigt, mit einer Kassette ausprobieren, mit einer Kassette ausprobieren, mit einer Kassette ausprobieren. Vielen Dank.